Sie merken schon, werte Zuschauer, die Bundeskanzlerin wollte doch nicht zu detailliert über die Dinge sprechen, offenbar und vor allem auch nicht zu lange. Und es gab dann doch so ein bisschen schon die Diskussion über die Deutungshoheit dieses Gipfels und das beschäftigt uns ja jetzt auch schon in den letzten halben Stunde. Also ich habe so das Gefühl, es ist so ein bisschen der Tag des zwischen den Zeilenlesens beziehungsweise vielleicht auch des sich um die richtigen Zeilen herumdrückens. Also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Paolo Gentiloni, der Ministerpräsident Italiens, hat vorhin einen Satz gesagt, für mich der Satz des Tages schon jetzt. Die Diskussion bei diesem G7-Gipfel mit Herrn Trump, das hat er nicht gesagt mit Herrn Trump, aber er meinte sicherlich Herrn Trump, waren authentischer. Die Bundeskanzlerin sagte jetzt gerade, also naja, man ist dort und dort mit Fortschritten weitergekommen. Dann kam die Nachfrage, was waren eigentlich die Fortschritte? Das klang für mich nach kleinster gemeinsamer Nenner. Ja, völlig richtig. Also von Fortschritten kann man hier nicht reden. Denn wenn man die Entwicklung der letzten Wochen und Monate sich anschaut, seitdem Trump eben im Amt ist, stehen die Vorwürfe im Raum, dass wir, die Deutschen, dass die Chinesen und die sogenannten Handelsüberschussländer sozusagen unfaire Handelspolitik betreiben. Es geht hier darum, nur das zu erklären, dass Deutschland eben mehr Güter im Wert exportiert, deutlich mehr als es importiert. Richtig. Wir exportieren mehr als wir importieren. Und die Amerikaner haben seit Jahren, man muss eigentlich sagen seit Jahrzehnten, das ist nichts Neues, leiden unter einem Handelsbilanzdefizit. Sie importieren mehr als Sie importieren. Sie importieren, Sie haben zwischenzeitlich eben mal ein ausgeglichenes gehabt unter der Clinton-Administration. Aber ansonsten sind die Amerikaner eigentlich gewohnt an Handelsbilanzdefizite. Nur hat das mittlerweile in den letzten Jahren in der Tat, gerade mit Blick auf die Bundesrepublik und auch mit Blick auf China, das sind die beiden Adressatenländer, vorwiegend die Adressatenländer von Trump, hat das bilaterale Handelsbilanzdefizit der Amerikaner mit diesen beiden Ländern, also enorme, sagen wir mal, Werte und Steigerungen erfahren. Und von daher, übrigens auch kein neuer Vorwurf, auch unter der Administration von Obama wurde das zwischenzeitlich durchaus eben immer wieder beklagt, dieses Handelsproblem und die Handelsbilanzüberschüsse. Das ist jetzt der kleinste gemeinsame Nenner, den Frau Merkel da nannte mit der WTO. Richtig. Und die WTO, dazu muss man dazu sagen, also das ist auch ein Dauerstreit. Hier ist angesprochen worden, die nach wie vor laufende Doha-Runde, die läuft seit elf Jahren, seit elf, zwölf Jahren, sind die Staaten, die WTO-Staaten, die Mitglieder nicht in der Lage, einen vernünftigen Kompromiss sozusagen in dieser Frage oder einen Fortschritt, einen weiteren großen Schritt in puncto Freihandel zu vollziehen. Auch das ist ein Grund, warum nicht nur die Amerikaner, sondern auch die Bundesrepublik und andere Länder, da ja vorzugsweise auch die Europäische Union ausweichen, auch sogenannte bilaterale Handelsabkommen, Freihandelsabkommen, TTP, was man hier verhandelt hat, Freihandelsabkommen mit den Amerikanern, die Europäische Union. Das sind alles Dauerbrenner und keine Neuigkeiten. Und da hat sich wenig bewegt und deswegen eben der Vorwurf oder der Versuche in diese Richtung sozusagen auszuweichen. Da ist man offenbar hier also nicht wirklich weitergekommen. Ich will trotzdem nochmal zurück zu dem, was ich ja eben auch noch angesprochen habe, dieser Satz, die Diskussionen waren authentischer. Was liest man da heraus? Dass eben einfach Donald Trump einen direkteren Kommunikationsstil hat, der ganz klar sagt, ich will dies und jenes und dies und jenes will ich nicht. Und beim Klimaabkommen mit Paris, da weiß ich erst nächste Woche, was ich will. Absolut, absolut. Dieser Hinweis bezieht sich eindeutig nur auf eine Person. Und man kann jetzt hingehen und sagen, naja, Gott, diese G7-Treffen, wir haben überhaupt noch nicht darüber geredet, dass wir hier, es wird immer so schön gesagt, die Freien, die größten Freihandelsnationen, die sich hier zusammenfinden. Auch das ist natürlich, wenn man so will, will ich sagen, eine Farce, aber ist natürlich ein Stück weit überzogen. Man muss sich mal diese Zusammensetzung anschauen in der heutigen Welt. Also nicht nur, dass die Amerikaner im Moment protektionistisch spielen und sagen, erst mal America first und jetzt gilt es erst mal, die nationalen und die eigenen Interessen zu vertreten. Schauen Sie an, wer noch da drin ist, Großbritannien, raus. Brexit. Ich meine, das Thema Migration, von dem man versucht hat, oder bei dem man versucht hat, sozusagen einen kleinsten gemeinsamen Nenner, Armutsbekämpfung etc., Migration. Ich meine, hier sind zwei Länder, die Vereinigten Staaten und Großbritannien, die das zu einem Hauptthema gemacht haben, ihres Einmalsreferendums und eben ihres Wahlkampfes im Falle von Trump. Und insofern muss man natürlich, Japan ist ein Land, das von jeher protektionistisch gefahren ist. Die Amerikaner haben in den 80er Jahren unter Reagan genau das gleiche Problem schon gehabt und thematisiert, wie es heute Trump mit den Deutschen tut und mit den Chinesen. Also China hat Japan abgelöst, sozusagen im 21. Jahrhundert. Es sind Dauerbrenner in diesem Konzert hier. Und insofern muss man natürlich sagen, es ist schwierig im Moment bei dieser Zusammensetzung, auch mit Blick auf die Europäische Union zu sagen, wer sind eigentlich diejenigen welchen. Vielen Dank, Professor Fröhlich. Wir gucken wieder nach Taormina und schauen auf die Pressekonferenz des französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Also, ich glaube, je mehr Protagonisten dieses Tages und dieses G7-Gipfels wir hören, umso genauer verstehen wir, was da offenbar hinter den politischen Kulissen passiert ist. In diesem Falle hat Emmanuel Macron doch relativ deutlich gemacht, dass man in Sachen Freihandel eben nicht so wirklich weitergekommen ist. Darüber haben wir eben schon gesprochen. Professor Fröhlich von der Uni Erlangen, Professor für internationale Beziehungen. Und auch ein Punkt, beim Thema Klima ist man auch nicht wirklich weitergekommen. Wir warten ja noch auf verschiedene Pressekonferenzen, aber auf einen warten wir nicht mehr, nämlich Donald Trump, der wird wahrscheinlich nichts sagen. Der hat vor zwei Stunden das letzte Mal getwittert, ist, glaube ich, sehr untypisch für ihn, aber er hat klargemacht, um das auch nochmal zu präzisieren, was Emmanuel Macron eben gesagt hat, er wird nächste Woche seine Entscheidungen in Sachen Paris, also in Sachen, will man das Pariser Klimaschutzabkommen wirklich weiter unterstützen oder nicht bekannt machen. Also, auf diesem Feld muss man ganz klar sagen, ist dieser G7-Gipfel ein, wie würden Sie es bezeichnen, einen Reinfall, eine Enttäuschung, ein völliges Desaster? Desaster würde Herr Trump sagen. Das ist ja eines, gehört zu seinen liebsten Wörtern in seinem Vokabular. Ich meine, es ist typisch, es zeigt eben, wie dieser Präsident, ich hätte fast gesagt, wie er funktioniert. Und dass er sagt, eine solche Sache, eine solche Entscheidung treffe ich innerhalb von einer Woche. Ich meine, er hat ja nun lange genug Zeit gehabt, darüber nachzudenken, das gilt ja für andere Themen auch. Aber das ist eben genau das, was seinen Stil ausmacht. Und insofern kann man auch davon ausgehen, dieser Präsident hat natürlich Handel aus dem Bauch heraus, vielfach hat seine, irgendwo seine Meinung, aber trotz allem verlässt er sich natürlich und holt sich auch immer wieder natürlich die Meinung und die Expertise seines Umfelds. Wie er das jetzt innerhalb von einer Woche tun will und welche Entscheidungen wir da zu erwarten haben, ich kann mir nicht vorstellen, dass die große Wollte kommt und dass Trump in der nächsten Woche sagt, ja, wir sind dabei, das halte ich für fast unlegbar. Sie erwarten, dass er dagegen sein wird? Ich erwarte, dass es keine, also dass er sagt, dass sich das nochmal nach weit nach hinten, also ich will nicht sagen, schon aussteigt, aber dass er am Ende vielleicht nochmal sagt, wir brauchen noch ein bisschen mehr Bedenkzeit und dass er das vor sich hinschiebt. Es ist bei ihm, es rangiert bei ihm nicht oben auf der Agenda, daran gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und es ist hier auch im Grunde genommen genau, wirkt sich ja kontrafaktisch und kontraproduktiv auf das, was er ansonsten im Moment tut, ob das Investitionen in Kohleförderung wieder ist erneute, ins Fracking und Öl und wie auch immer. Also das sind die Widersprüche eben dieser Politik und ich kann mir nicht vorstellen, dass er diese große Wollte tun wird. Auf der anderen Seite muss man dazu sagen, ganz ausgeschlossen ist es auch nicht, wir dürfen nicht vergessen, dass unter der Obama-Administration trotzdem eine ganze Menge geschehen ist mit Blick auf Klimawandel und was angestoßen worden ist, ja, mit Blick auf erneuerbare Energien, was eben auch an Fördermitteln geflossen ist und was das mittlerweile auch schon für eine Branche ist, sozusagen für ein wichtiger Industriezweig geworden ist. Das heißt, hier wird er sich zwangsläufig dann wiederum auch in den Clinch begeben müssen mit denen, die sagen, also jetzt sind wir gerade auf der richtigen Spur, wir haben enorm investiert und jetzt heißt das alles, das spielt keine Rolle mehr und also sehr, sehr schwierig ist nach innen hin auch eben ein großer Spagat für ihn. Professor Fröhlich, was ich mich eben gefragt habe, als ich Emmanuel Macron gesehen und zugehört habe, da dachte ich, Mensch, da sitzen Sie als einer der wichtigsten Regierungschefs der Welt, in diesem Falle Macron oder auch Frau Merkel, im 1 zu 1 Gespräch an diesem Wochenende mit Donald Trump und dann sitzt Ihnen jemand gegenüber, der sagt, es ist vielleicht nicht so direkt, aber wahrscheinlich sagt er es doch sehr direkt, Umweltschutz ist, wie Sie es eben genannt haben, nicht auf meiner Agenda. Was machen Sie denn dann? Ja, Sie können ja nicht viel machen. Ich meine, Sie können das tun, was Macron angedeutet hat. Nun muss man dazu sagen, also Macron, der ganze Auftritt war interessant, wenn man ihn vergleicht mit dem von der Bundeskanzlerin und wenn man ihn auch mit dem vergleicht des italienischen Ministerpräsidenten. Eigentlich war er sehr viel detaillierter und ausführlicher. Ich würde fast sogar sagen, auch ein Stück weit energischer, als die anderen das gewesen sind. Das hat aber auch einen Grund. Ich meine, man hat hier bei ihm gemerkt, er ist ja einer von diesen Neulingen, dass er sich auf diesem internationalen Paket jetzt auch erst mal profilieren will. Es war erstaunlich zu hören, wie er ja gerade betont hat, was die Bundeskanzlerin mit all ihrer Routine in dieser Form gar nicht mehr getan hat. Ich habe mit ihm gesprochen, mit dem gesprochen, mit allen gesprochen. Also ich war überall, ich war überall präsent und habe versucht auch einzuwirken. Das hat man hier, also ein Stück weit hat man natürlich gemerkt, hier kommt einer auf die Bühne und fordert natürlich nicht nur ein erhebliches Mitspracherecht, sozusagen Frankreich ist wieder zurück, sondern hat vor allen Dingen sehr stark für meine Begriffe immer wieder zwischen den Zeilen durchklingen lassen, dass vor allen Dingen die Europäer, dass die Europäer selbst, nicht nur Trump, und wenn man nun mal Trump nicht gewinnen können, was tun müssen. Und das ist ja genau das, womit er auch angetreten ist. Und das ist ja noch nicht von der Hand zu weisen. Wir reden bei all den Dingen immer davon, dass wir über das Unsägliche und Unmögliche, was Herr Trump von uns fordert oder was er uns zumutet, aber dass in vielen Dingen ein Stückchen, ein Kernwahrheit drinsteckt, das dürfen wir nicht außer Acht lassen. Ob das die Frage der NATO ist, ob das die Frage der Handelsbilanzungleichgewichte ist, etc. Es ist die Frage, wie er die Dinge kommuniziert. Und insofern haben wir keine andere Wahl. Wir müssen uns auf ihn einlassen in irgendeiner Form. Also Donald Trump wird sich heute wahrscheinlich nicht mehr äußern, aber es hat sich jemand anders geäußert, nämlich bei uns vor der Kamera Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses des Bundestages zu Donald Trump.